Da ist Carla. Carla. Ich hab dir frische Haselnüsse da oben aufgefüllt zum Soh-Essen, Mausi. Ja, eine Mausi. Ich sag jetzt, springt sie bestimmt da hoch. Ja, weil ich die nicht mehr auffülle, weil mir die zu teuer sind. Vielleicht sind sie auch deswegen alle abgewandert. Geht's bestimmt gleich da hoch, dann ist sie die. Drink, drink. Hätten Sie? Ja. Hä? Ist ein Röschchen, Nina, mit der? Na? Ja, jetzt müsste das Richtige aufgefüllt sein, ja, Saria. Ja, so, freu dich. Ja. Ja. Ja, danke. Ja.